Die Funktion Vergleich Diese Funktion durchsucht einen Bereich nach einem bestimmten Wert und gibt ihn in die Fundstelle wieder. Istgleich Vergleich, Klammer auf Kriterium, Semikolon Suchwert, Semikolon Vergleichstyp, Klammer zu. Wenn Sie beispielsweise wissen wollen, in welcher Zeile des Suchbereichs von A1 bis A6 der Wert Miete steht, so geben Sie folgende Formel ein. Die Funktion kann auch mit Zahlen verwendet werden. Das zusätzliche Argument 0 gibt an, dass eine exakte Übereinstimmung gegeben sein muss. Beachten Sie bitte, dass immer die Zeilennummer des durchsuchten Bereichs und nicht die Zeilennummer der gesamten Tabelle ausgegeben wird.